Eine magische Nacht im Santero Bernabeu, gewonnen 3-1, die Remontada, wie man in Spanien sagen würde, geglückt. Wie fällt dein Fazit aus zu diesem Falten-Spiel? Ja, auf jeden Fall positiv. Auf jeden Fall ist uns das gelungen, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten von Anfang an durchmachen, klingt an das 1-0, aber wir wussten, dass wir Minimum-Zeit-Tore schießen müssen, weil gegen so eine Offensive ist es nicht immer einfach, alles dagegen zu halten und alles abzuwehren. Aber dass wir uns auch nach dem 1-0 nicht verrückt machen haben lassen, ist auch sehr, sehr positiv. Und die 2. Halbzeit war natürlich magisch. Wir wussten, dass wir hier in Madrid alles rausholen können mit unseren Fans in unserem Rücken und dass es einfach anders hier ist. Wie war die Stimmung? Wie haben Sie es wahrgenommen? Ich habe Fans auf der Tribüne weinen sehen, aber dann ihre Kretsche in der 56. Mbappé den Ball geklaut. Wie sehr pusht Sie das? Unmenschlich, das hat man, glaube ich, wirklich sehr gut sehen können. Mit solchen Fans im Rücken ist sowas möglich auf jeden Fall und das hat man heute, glaube ich, sehr gut sehen können. Man hat auch zwei verschiedene Gesichter gesehen. Die erste Halbzeit war nicht so gut, dafür die zweite umso besser. Was war in der zweiten Durchschnitt anders? Wir haben ja auch dann zwei Wechsel, Vaskes, Kanadas, Rechtsverteidung und Kamarinka. Ja, ich glaube, dass wir in der Halbzeit sehr hungrig waren, dass wir noch mal mutiger nach vorne gespielt haben, dass wir im Bracing noch mal stärker agiert haben, als wir in der ersten Halbzeit haben. Aber wir wussten, dass ein Spiel 90 Minuten geht und dementsprechend haben wir das Spiel auch so angelegt. Gestern hat Ihr ehemaliger Kollege drei Tore geschossen, Levan Dotsky. Heute, Ihr neuer Benzema, ein Wort über ihn? Über Karim. Ich glaube, er hat heute einfach wieder gezeigt, wie wichtig er für uns ist, was für Qualitäten er mit sich bringt. Das ist wirklich unfassbar und wir sind wirklich sehr, sehr glücklich, dass er in unseren Reihen ist. Vielen Dank. Danke auch.